äh warte Und damit herzlich willkommen zu einer kleinen runde looter kings mit dem spannenden inferno johnny hat leider keine zeit aber das spiel geht ja eh nur warte Scheiß ich kann nicht mehr schreiben Das spiel geht ja eh nur zu viert Folgt mir auf twitter Können wir jetzt mal starten Ich dachte das ist das spiel So bei dem spiel geht es darum durch verschiedene ebnen sich nach oben zu arbeiten und den ganzen loot Einzusammeln auf jeder ebene gibt es ein shop und dort kann man dann sein loot Für neue ausrüstungsgegenstände eintauschen ist ein spiel ist ein kickstarter spiel es gibt auch so eine buff karten Ist vom rumpel Und der hat gefragt ob wir das mal zocken und habe ich gesagt Alter Junge und das spanndauer inferno fordert dafür nur eins und zwar einen erstklassigen skin Alter lootest du schon ohne mich Ey wo klingst Kann man das kickstarter auch in echt kaufen max? Kevin komm her Was denn das? Komm her Nein scheiße Kevin wo bist du? Nein das wollte ich machen What the fuck? Keh After MP Soffblatt Warte geh mal Kevin spring mal auf mich mit E Kehla 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 Kunstkraftblatt Warte das beste ist wenn ich auf max springe pass auf So bin Alter das klingt so gut Hand of After MP Hand of After MP Ok Ich glaube die Anfangswaffen sind automatisch gesetzt entweder Armbrust oder oder Schwert Und äh es gibt dir so ein paar verschiedene Tipps Ich mach eben noch Sound äh äh bisschen lauter Weapon is your best friend So und äh ich würde sagen wir gehen hier einfach mal rein oder? Wo spielt man denn? Wie geht es los? Ich gehe einfach durch irgendeine Tür glaube ich ne? Komm hier rein Leute Ja Man muss immer in jeder Ebene Auf Q habt ihr eure Götterfähigkeit Später wählt man seinen Gott und so weiter So hier müsste es jetzt schon losgehen Das heißt wenn die kommen Achso Wir sind jetzt als Team hier unterwegs oder was? Jaja genau Drück Q Drück Q Drück Q Oh Alter Alter die ballern ja mehr rein als Das ist mein Leben Kombo 7 Acht Unten links ist dein Leben Los Kutschkraft Ich kann nicht mehr schießen Drück runter von mir Boah Jetzt renn rein oder so Vielleicht damaged das die Ich hab da Oh da ist ein Magier Da ist ein Magier Mach den Magier weg Ja hau doch mal drauf Oh Junge ich hab ne Arbus Du darfst nicht stehen bleiben Ich hab ihn Ich hab ihn Ich hab ihn Also mein Aim is on point Oh hier ist noch so ein Skelett Hier ist ein Skelett Hier ist ein Skelett Alter okay ich sammle das jetzt einfach Aber ich glaube am Ende des Levels wird das wirklich aufgeteilt Was ist das hier für ein Ghost Da kann man den kill Das ist meiner der Achso du hast den besprochen Ich dachte ich Gibt's hier wo? Ey war's das jetzt? Ja warte 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 Wollen wir alle Kisten immer kaputt machen in dem Raum vorher? Ja ja Alter geh weg Solar Ey was denn die hab ich zuerst gefunden? Nein das ist meiner Ja ich war zuerst da Oh ein Pilz Ich hab übrigens Wie kann ich den Pilz essen? Ich hab das übrigens Ich hab das übrigens Auf der Wollte ich nochmal betonen Bei Last Man Standing Zwei oder drei gewonnen Ich bin halt Richtig low ne? So müssen wir jetzt aus den Reiben raus Die Pilze heilen dich Wie war denn jetzt hin Leute? Ja müssen wir auch Ach hier hier bei mir Bei mir ist der nächste Raum Warte ich komm gleich Ich muss hier noch ein bisschen Looten Isst du die? Es gibt aber auch Giftpilze Ihr müsst mal drauf achten Mit E Du musst an den Pilz dran Hand of Blood So Hand of Blood Das bin ich Aber jetzt bin ich Soft Blood Soft Blood Okay Leute Konzentration Ja jetzt mal ein bisschen taktisch Nicht einfach nur drauf Okay rechte Seite Ja ich wollt eh nur eine Loot für euch haben Alles meins Alter du bist ja übel dun Warum ich suche jetzt die Kisten und klaue ich die weg Hau drauf Hä das ist jetzt verrecken wir dann aber alle Ist das überhaupt ein Teamgeber Müssen wir gegenseitig antreten so Hä wir kämpfen zusammen gegen die Viecher man Seid ihr sicher? Ja da gibt Okay Wenn ihr mir die Loot gebt dann mach ich das Alter fucking gierig Hier ist ein Mark ja in der Mitte Ja hier sind zwei Mark ja Oh scheiße der hat mich Bei mich getroffen Wann kann ich denn meinen Rechtsklick bauen? Achso wenn das Völker hat Oh lol Oh lol Wo sehe ich mein Leben nochmal? Oh ich bin irgendwie Rage Das ist das in der Mitte glaube ich Das ist in der Mitte Ja Oh ich bin ziemlich low Ich bin ziemlich low Warte Ich glaube das hier Okay der hat mich geheilt Der Einfeld Warte lass erstmal looten Junge Ich hab Erde schon weggenommen Alter du bist so ein Wichser Wie viel hast du denn? 38 Jo Ich hab recht oder was? Ja Aber ich hab ein Hahaha Ich kenn mal nur Ne Aber ich sammel doch von dir Kutscha muss dich profilieren der kleine Wichser Ja und? Hab gesund nichts im Leben lass mich in Ruhe Abonniert mich auf Youtube Hahaha Fuck Oh Gott man kann aber mit den Sprüngen ganz gut dodgen Oh Leute Du hättest gesehen Alter ich hatte so in dem Alter pass auf dass ich so lache Aua aua Oh die haben Schilder Alter Warte ich gegeben gut damage die Typen Loll ich kann meinen Dude voll tanken lassen Der regeneriert voll krass Ach der tauntet die Der tauntet die Ist das ein Tank oder was? Guck mal der greift doch nicht an der tauntet nur Oh Leute wer war das? Oh Jungs was war das denn? Ich bin Jesus Hahaha Alter ich bin rot Ich bin rot Ja du bist so ein Range Schau drauf Oh Magier Sidestep Guck mal meine Sidesteps Leute Alter Ist ja insane Ist der euer Sound grad auch so gedämpft irgendwie? Ja 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 das bin ich Ich spack ein bisschen rum Ja ich glaube wenn man low ist hat man irgendwie einen anderen Sound dann hört sich das alles an Ja dann sei doch mal einfach nicht low Ja ich bin auch low Mit Pils zu fressen igual Guck mal er kleppt sich voll auf den Ass Hier lang Follow me Hier lang gehts Hier lang gehts Kann man die Dinger einsammeln? Sola guck mal Opfer Oh Leute wie kannst du die Hä warte mal ich hab Ich bin nur bei 22 Hä? Mein ganzer Lootwort geklaut von irgendeinem von euch Warum springt der runter? Hier oben ist er Oh shit Alter erhütet einfach erstmal die Truhen Jetzt bin ich gleich tot Ich bin gleich tot Ich bin gleich tot Hier ist das Ding Rette dich Ich mach meine Fähigkeit Ich bin wirklich gleich tot Dann lass doch noch Max retten Komm Max spring drauf Ja okay Oh hier sind zwei hier sind zwei bei mir Guck mal mein due tank Sola ist im Endrate Oh shit Da kommen zwei Warte ich steht Wehe die Horde ist geratzt Ich kann dich Ich kann nicht retten Wer hat mein Gold geklaut Wer hat mein Gold geklaut Wer hat mein Gold anfasst stirbt Oh leil Alter bist ja schlimmer als Kutscher Ihr spawnt wieder was Leute Jo Wir sind sidetrack Wir müssen die Fokus an oder? Damage stop Damage stop Go Nash Und jetzt Leute Dots Dots Alle Dots drauf Ich bin ultra low Ich brauche nen Pilz Da sind welche Leute hat mich getötet Ich dachte es war einer von uns Man kann retten Man kann retten Man kann retten Ja aber dann klaust du mir den Loot wieder Nein Kutschcrafter Ja aber ich muss hier einfach den Viechwechser killen Time is ticking So wie retze ich dich Wo sie ich denn meine E Mit E Yo 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 Level Up Ich brauche die Pilze hier Ich bin auch schon Level Up Alter Kev Blood Level 1 steht bei mir Kev Blood Ich hab den Loot einsammelt Doch Weil wenn man ja stirbt Fällt alles runter Und wenn du hingehst Sammelst du es ein Da oben ist die nächste Loot schon Ey da hatten wir voll den Anreiz zu retzen Ja und die Leute sterben zu lassen Jo Ich bin hoch Also ich hab jetzt 41 und bin Level 1 Und ihr? Ich bin 45 Äh 25 Wo sieht man sein Level Level Ich bin Level 0 Level 1 Ich bin Level 0 Schafft ihr es hier hoch oder seid ihr zu doof Alter Kutscha was bist du ein Opfer Pro Gamer Warte 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 Hier kann man Hier gibt es auch so Jump Level Warte mal Das stimmt da hinten ne Warte Das ist da eine Höhle Oh Jungs wo ich bin Wo ist er Warte mal da ist noch eine Tür Lass doch mal die nehmen Alter Kutscha merkst du es gerade nicht? Was denn? Hier ist richtig krass Jump League Alter Jump League das ist Pipifucks für mich Ich will ja Ja ohne Poker Salute Ich bin zum E-Sport Teil Du kannst meckern wie du willst Ohne mich kommst du ja eh nicht weiter Ach komm du kannst doch sowieso nichts Du Mettbogli Höh Nö Abonniert mich auf Youtube Nö Mich Alter wie kommt man denn da hoch? Du nimmst halt nicht auf Ich kann doch gar nichts machen Weiter Wir müssen weiter Leute Chill doch mal bitte Da oben kann man halt nur hin Wenn man quasi eine Armbrust hat von oben ballern Ja so ist es Alter guck mal wo ich bin Du seid solche Anfänger Kommt doch mal ran hier Ja so Leute ist es heiß aufs nächste Level Leute Kevin und ich wohl wenigstens Games Metal Leute Metal Wenn du es siehst meine Ansage ist raus Gehen wir was reizen Dann sag ich nur das hier dazu Metal Leute und Alblali auch Alter was? Das ist halt Riechkatz Das musst du mal an wenn die Nahkämpfer mal rankommen Am Anfang Oh Oh hallo Okay Jungs Jetzt ist Pilz Wer traut sich? Ich nehm ihn Jawoll heal Warte ich glaub da links rüber schafft man Okay Kutscha du springst als erstes Da rechts ist so ne Pflanze Okay Geronimo Oh 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 Du kleines Opfer Ja Sola hat den Riecher Ja toll Jetzt hab ich kein Loot Ich hab ja nichts verloren Hä Ich hab ja nichts verloren Oh Fuck Alter Kutscha Ich hab grad den Geübt Was da oben? Ich will das haben Nee Verpisst euch Meins Ey Gebt mir Hier ist ein Trun Was macht man damit? Ey Leute Hilft mir doch mal Was macht die Blume? Was macht die Blume? Nichts Keine Ahnung Passiert nix Ach schade Ich dachte der gibt mir jetzt so wie bei Mario oder sowas Ja Okay hä? Ich hab ja das gehört Nee 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 Echt? Dann waren hier jetzt nur Ja scheiße wie komm ich hier weg? Alter hier ist über die Lava Doch ich hab grad eine Pflanze Die Pflanze hat grad ein bisschen Coins gegeben iformen Ach ich bin Stunde Ich komm nicht weg ich bin toch Leute und ihr so? Was habt ihr denn für explodes Alter Kutscha Pro Gamer Pro Gamer Nooo Ihr seid alles Noobs Ey Kevin, was willst du denn? Warum seid ihr denn so gegeneinander Weil das E-Sport ins junge Da ist immer mal ein bisschen Hey die E-Sport E-Sport Mitte runter Leute guckt mal wo ich bin Alter ich heil mich Übel Seid ihr bereit zum nächsten Level vorzudringen? Wir sind die Oh, was sind das für Pilze? Oh! I need help. Keine Ahnung, was das ist hier. Nicht nehm! Haha, ich hab Kevins Loot! Nee! Alles klar, Alter! Kann ich lang springen, Kutschi? Nimm mal den Pilz da! Hier ist noch ne Kiste, Leute! Oh, die sieht aber richtig saftig aus! Oh, die hol ich mir jetzt. Die klaut mir keiner mehr weg. Oh! Nein, das ist der Loot! Ja! Nein! Du Geier! Ja, vor allem jetzt muss ich meinen ganzen Weg nochmal machen. Jo, ab in die Lama! Nein, du Wichser! Du kleiner Pierskopf! Alter, er hat mich einfach geopfert. Beide gestorben. So. Schade, dass man keinen untertreten kann, das wär übel lustig. Wollen wir hier alle kleine Penisse habt, ey. Ich guck dir mal meinen dicken Loot an, Alter. Wärst du nicht dick, Junge? Straight oder Spandau? Ich hab hier wenigstens Kleiner. So, Konstellation. Und Fokus. Alter, ihr seid so die egozentrischen Germanen. Das sagen alle, die nur 10 Loot haben. Ich hab 31, du Faggot. Oh Gott, ich werd angegriffen. Hier ist einer, hier ist so ein Feuerding. Oh, hallo. Ja, joa, ich brauch ein bisschen Hilfe. Er verfolgt mich. Ja, dann hau doch mal drauf. Junge, ich bin fast hoch. Ja, wir müssen hier echt fokussen, so wie ich. Wer ist denn der Tank? Joa, ich, ich hab da nen Kuh. Kuhspell. Ich bin Level Up. Ich bin Level Up auch. Was kann man mit Level Up machen? Was? Was macht man mit Level Up? Boah, übel der Shredkämpfer, Alter. Level Up, Leute. Geil, Sola. Ich hab ganz, ganz tolle Probleme. Ja, das wissen wir aber schon länger. Oh Gott. Unsere Ultimates werden stärker, Kevin, wenn wir zusammen sind. Ja, ja, genau. Alter, dann spring ich auf einen drauf, dann kann ich einen fetten Tank machen. Hä? Das ist doch gar kein echter. So, jetzt hab ich nen fetten Tank gemacht, 100 pro. Siehst du da in der Mitte, Alter, wie der ausrastet? Ja, so schnell. Alter, ja. Okay, immer wenn ich Götterfähigkeit abhabe, spring ich auf einen von euch drauf und mach kurz so'n Vieh. Nee, ich hab Götterfähigkeit. Ey, ja, Rainer. Götter, Götter, Götter. Aber damit kriegt man kein Damage, oder? Wenn man so... Ja, wahrscheinlich kriegt nur ich Damage. Jo. Okay, äh, nächster Raum. Ach so, wenn man die Kälte... Go, go, jetzt lass mal ein bisschen hier Speedrun machen. Ey, bin ich die ganze Zeit für ihr? Seid ja die ganze Zeit am Touring. Ich glaub das ist der Shop, oder? Nee. Oh mein Gott, Hilfe! Ey, ich muss mich retten. Lass sie zurück. Mein Loot! Oh nein! Ja! Hab ich! Warte, ich kann doch eh drücken, dann loote ich ihn, oder? Geh runter, du verdammt. Alter, wie die Geier kommen sie zurück. Wir zum Loot gehen. 39 Loot. Aber das ist echt ein geiler Aspekt, dass man dann schnell hin will. Okay, da kommt er. Okay, ich bring jetzt auf einen drauf und drück zu. Kevin, komm her. Ich kann eh nichts machen, wenn du auf mir drauf sitzt. So, Tank kommt. Ich hab dich one-shotted. Tank kommt. Ja, da kommen aber noch 20 andere Leute! Was ist denn hier los? Ich kann nicht runter. Leute, ich bin fast tot! Loot schnell! Nein, ihr müsst die Leute töten! Was hier los ist? Wo kommen die alle her? Ihr müsst euren Rechtsklick überläufen. Ja, ja, Rechtsklick spam. Oh fuck. Oh, ich bin fast tot. Ihr seid einfach alle fast tot. Wo sehe ich meine HP? Götterfähigkeit, Götterfähigkeit. Mein Schwanz schleift fast auf den Boden. Wir müssen kiten, die Bitches. Oh, ich bin tot! Ola, rett mich! Bitte! Jo! Ich rett's dich, Max! Oh, du tretest mich! Aua, 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 aua! Nein! Niko Linke! Help! Alarm! Alarm! Guck mal, wir gehen jetzt gar nicht. Guck mal, wir gehen jetzt gar nicht. Guck mal, wir gehen jetzt gar nicht. Ich bin fast trunken! Oh! Kann ich auf dich drauf und kuh? Jetzt bin ich dran. Nein, nein, nein. Ich kann nicht kuh drauf. Ich tue schon wieder. Es gab nicht. Komm her! Oh, okay. Halt die scheiße aus den Haus. Oh shit, alter. Der kleine Lappen. Hatte die beide auch tot? Ja. Ne, alter. Max, du musst, komm mal zu uns. Du musst irgendwen retten. Ja, jetzt, jetzt, komm zu uns. Ich komm zu dir. Alter, was für eine Mega. Ne, ne, ich bin besser, ich bin besser. Nein, nehm doch nicht Solar. Schnell rennen, erst mal kalten, erst mal kalten. Renn zu mir und Solar. Fuck sind das viele. Ihr müsst wieder den gleichen Weg nehmen, Max. Ja, ja, wir müssen so über Lava springen, dann komm ich nicht hinterher. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Nein, mach, zieh die da weg, Solar. Du ziehst die genau zu Max. Sind hinter mir welche? Scheiße, Kevin. Alter, so Olaf. Ja, ich versuche erstmal zu überleben. Jo, und Abfahrt. Ey, ich will auch. Ist nicht. Ich glaube, wir müssen erstmal die Magier weg machen. Ne, Max. Weil die, die, die ballern halt einen ab. Mann, jetzt zieh die doch nicht immer zu mir, Nico. Scheiße. Nico. Max, ich bin hier. Okay, ich hab Magier, ich hab Magier. Max, bitte. Jo, du Opfer. Gib dir meinen ganzen Loot. Jo, bei dir jetzt leider. Boah, ich hab richtig Damage gemacht, aber. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Jawollek, jawollek, jawollek. Komm hier. Ich hab auch wieder Fähigkeit ab. Ah, ich seh nichts. Boah, diese Kiting Skills. Ja, Mann. Alter, das ist wie ein WoW früher. Ja, nur. Ich war immer Hunter Main. Baller die weg, Kutscher. Ich bin dabei. Ihr müsst halt Kombos treffen. Hey, du bist Rage. Ich bin Enrage, ich bin Enrage. Oh, Junge, ich bin so wütend. Alter. Damage Rage geht sofort los. Kutschi, komm lass das jetzt. Warte, bei Kevin liegt richtig viel Loot. Lass mich da hin. Alter, hier ist natürlich Spongos. Junge, wir müssen hier zusammenhalten. Ja, ich muss einmal kurz zu Kevin. Geil, Sol hat Loot liegen lassen. Ja, aber zuerst retzen, du Arschloch. Ey, läuft erstmal vorbei. Oh, hab dich gar nicht gesehen, Kevin. Alter, am Ende wird das eh gesplittet. Wenn wir übereinander stehen, dann wird drüberlich gesplittet, stand da. Ja, nur wenn man auf sich drauf springt. Ja, hab ich doch gesagt, wenn man übereinander steht. Nice, Kevin, hast den rasiert von hinten. Wir haben gewonnen das Level, Leute. Ja, war easy. Ja, richtig easy auf jeden Fall. Möchtest du aber mal gehen? Hier lang. Gibt es mehrere? Nee, nee. Oder? Ist hier irgendwo noch Jump League? Gibt's hier Pilze? Wir müssen echt die Pilze aufteilen. Wenn wir Ulti haben, dann müssen wir auf jeden Fall immer übereinander. Ja, ja. Aber ich konnte eben meinen, nur einmal im Raum machen. Ist das normal? Nee, die lädt man ja langsam irgendwie wieder auf. Nee, aber meiner war irgendwie stuck. Ich auch nicht. Ich hab ein paar Mal Kugel spammed. Oh, hier geht's nicht weiter, oder? Vielleicht muss mal Full Life sein? Nee, ne? Hallo? Ich glaub, wir müssen irgendwas aufsammeln. Oh, was ist das hier? Guck mal, Kutsche erstmal, ey. Was denn? Ich mach doch geil. Jetzt magst du hier schon den ganzen Loot. Ich bin nur hier ganz normal am Looten, Junge ist mein Shop. Warte, erstmal Pilze fressen. Ja, ich hab auch erstmal gefressen. Okay, ich weiß jetzt auf jeden Fall, welche Pilze nice sind. Das sind die, die so nach oben gefaltet sind. Wieder nice, nice, nice. Na immer die nicesten Reif. Ihr müsst echt die Pilze fressen, Jungs. Ich bin volllaufen. Und Abfahrt, Jungen. Herbert, komm in Wallung. Hä? Haben wir gewonnen? Ich glaub, jetzt kommen wir zum Shop, oder? Oh, Schaden erhalten? Kevin hat gewonnen. An den Kevin, lol. Kevin, der Tank. Er ist der allerbeste. Diese Schneeke-Karte geht an Kevin Standort. Er ist der allerbeste. Ach so, das war... Ach so. Das heißt, ich hätte die ganze Zeit einfach nur sterben müssen. Ja, Kevin hat einfach reingefiedelt. Aber der ist schon. Aber das ist gut, weil dann ist er Tank und dann wird er gebufft in die Richtung. Das ist halt echt schlau. Jeder Gegenstand besitzt eine Affinität zu einem bestimmten... Was? Stehle das meiste Gold. Alter, den Skin will ich haben. Oh nein. Es gibt einen Skin, das ist lol so eine Maske. Lol. Okay, ich klau euch richtig. In 5. Ich wusste halt nicht, dass das so ein Assi-Game ist. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, Herr Rumpel. Aber man kann auch Pilze werfen. Ja, und damit stunzt du andere und dann kannst du deren Gold sammeln. What? Wie? Ja, ich weiß nicht, wie man die Pilze ein... Also, so das... Weiter gehen wir. Wenn man full life ist... Mittlere Maus. What the fuck? Ich hab grad geschmissen irgendwas. Ja, aber du hast nicht getroffen. Schade. Mach nur mal. Ja doch. Nein, lass mich. Das war bei Heel grad. Linkere Maustaste. Im mittleren Maustaste. Ne, das war bei mir Heel. Ich hatte grad Heel-Pilz. Ach so. Ist das deine Fähigkeit? Okay, ich muss jetzt erstmal auf einen drauf, damit ich meine Fähigkeit gleich machen kann. Warte. Warte. Wir müssen erstmal gucken, wo wir lang gehen wollen. Da gibt's zwei Türen. Oh, hier ist schon einer. Hier ist einer. Go. Mein Tank ist da. Boys. Los, Sola. Ballad drauf, Jungs. Ja, wir machen die Konkletten kaputt. Alter, holy shit, wie wird sie rasieren. Gut, der erste Level da. Man muss bei Sola so'n Plus bei der Anzeige da. Aber wir haben gar nicht den Shop jetzt eben gefunden, ne? Wer kommt denn noch? Ah, ich bin tot. Der Shop war ja schon ganz im Alter. Alter. Leute. Metal, bitte. Warte, dann kann ich doch klauen hier. Geil. Alter, Wichskowold. Ein kleines Opfer. Warte, dich. Warte. Ich snipe ich einfach wieder um. Jo. Du weißt du, Nico ist ein wahrer Buddy. Ne, der dreht dich an. Oh, hier liegt ja noch mehr. Ach, das gibt EP, wenn man die... Ah. Leute, hier sind noch Mops. Ja, die... Die geht's nur ums Gold. Ja, sieht man. Aua, Aua, ich bin relativ low F. Gibt's hier noch ein paar Pilze? Alter, wie lange braucht man denn für ein Level? Ich bin immer noch Level 1. Wir sind ja auch schlecht, glaub ich. Ich bin auch... Ich bin erst halbes Level bei 1. Ich mein halbes Level, lol. Ich auch nicht. Zehn Prozent. Wir sind ja einfach über Bad. Ich glaub, das ist... Hey, jetzt hör doch mal auf. Ja, ich würd's nur motivieren hier. Zola, komm hier rein. Zola, komm mal lieber in unsere Richtung. Keffblatt, Junge. Ah, es gibt jetzt mehrere. Okay. Weil Pilzwerfen geht nicht. Zola. Zola. Und weiter. Der... Kutschkrivin am Start. Nein, jetzt. Jetzt mach ich mal meine Fähigkeit. Warte mal, wenn ich... Hier sieht's aber groß aus. Ja, aber da musst du glaub ich auch alle sammeln. Da musst du echt alle... Geff an, Kevin. Mach mal meine Fähigkeit. Boah, da sind wir... Guck mal, wir sind richtig godlike. Geh doch mal ran! Zola ist tot, hast ja nicht draufgehauen. Zola? Dann hau! Dann hau! Da kam einer von hin. Ich kann jetzt meine Götterfähigkeit nicht machen. Ich mal zu euch. Ich bin sofort da. Ich hau sie hier alle kaputt, grad. Geil. Geil, der Stunt auch. Alter, ich bin fast tot. Ich geh mal von hier runter. Hier ist ein Magier. Hier ist ein Magier. Hier ist ein Magier. Oh fuck, Alter, haben die mich getroffen. Ja, ist grad keiner. Du bist halt für die Trunen gegradet, ne Zola? Lass mal auf die anderen Seite, ey. Hier ist ein Magier. Ja? Scheiße. Wir müssen die von Zola wegziehen, Leute. Max, kannst du mich kurz retten? Wir müssen noch was full HP. Ja. Alter, ich bin so gut wie tot, ey. Scheiß die Wand an, Alter. Ich komm, ich komm, ich komm. Oh, Jungs, Leute. Ich brauche Hilfe. Ich glaube manchmal... Oh, ich bin tot. Geil. Ich glaube, das ist nicht unser Level, Leute. Wir müssen übereinander und dann... Leute, die haben auch einen Fernkampf? Die haben auch einen Fernglas? Nee, Range Attack. Auch einen Fernglas? Die Tanks. Hä, der stand grad tot und auf einmal hat er sich wieder auf... What the fuck, hä? Die sind zu krass für uns. Die brauchen irgendwie Hilfe, muss ich sagen. Oh fuck. Die sind einfach zu krass für uns. Ja, wir müssen, glaube ich, oben auf die Felsen drauf. Gefühlt, dass das Schwert... Dass man, wenn man das Schwert hat, am Anfang richtig am Arsch ist. Weil man halt nichts aushält. Oh. Also ich glaube... Meine Fähigkeit ist OP. Ich krieg kein Dammit. Oh fuck. Mein Gottding. Ich würd euch ja gerne retten, aber ich hab hier so tausend Leute am Arsch. Max, die töten dich. Oh, ich hab Zola aber geretzt. Ich bin sofort wieder tot. Oh lol. Nice meme. Okay, ich meine Gott-Tability ist fucking Thor-Ding. Also wenn die mich angreifen, kriegen die Damage zurück. Thor-Mail hab ich einfach. Lol. Wo hast du das gelesen? Up. Up. Götterfähigkeit? Verspottet, Geist. Bastard-Bruiser. Bastard-Bruiser. Die Sohle des letzten von die getöteten Monsters wird er bei dem Schworn zieht. Oh, ich bin auch tot. Oh no. Jetzt haben wir Game Over. Ja, toll. Alter, im zweiten Level von der Ebene... Oh Gott. Ey, wir müssen jetzt echt mal ein bisschen das mit dem Greeden... Weiß nicht, was ihr macht so. Ihr macht kein Damage, ihr macht kein Tank. Was? Ha. Siehste? Kutscha, alter! Du bist der Greedy-Bastard von uns! Was? Thorsten Schmiedel. Thorsten Schmiedel ist der Greedy-Bastard. Guck mal hier, ich bin doch am wenigsten gestorben. Ihr seid nämlich die Feeder. Wir kämpfen! Guck mal, Alter. 4.000 Schaden nur. Alter, Kutscha! Die Stands, Alter! Guck sie dir an! Und die wenigsten Schaden bekommen! Ich werfe der Schlauste von euch! Und am meisten wiederbelebt, Leute! Da kommt der Support! Da kommt der Support in mir durch! Caroline Frauenarsch? Ah ne, Frauenratsch! Alter, Kutscha! Tot... Hot in here! Tot durch Umgebung! Kutscha sex! Ja, du bist echt sneaky! Oh, Kevin, 27! Scheiß Junkie! Ja, Pilze, da ist er halt ready, Alter! Ja, wir müssen trotzdem... Ich glaube, das Spiel basiert darauf, dass man schon greedet, aber halt trotzdem als Team greedet. Also nicht einfach nur, öh, Pilze, ich esse, sondern die, die Pilze brauchen. Guck mal hier, Sola ist der... Ja doch! Kutscha hat nicht mal den Loot aufgesammelt, hast am meisten... Ich hab ja, ich hab ja, ich hab doch meisten Damage genommen! Loot gestohlen! Ich war schon relativ low! Ja, aber ich glaube, ein Pilze halt ich halt fast voll! Nee! Ich musste sechs oder so essen, weil ich wollte! Ja, aber du hast ja nicht, du hast ja nicht 27 Mal so viel Damage wie Kutscha genommen! Ich glaube, wisst ihr, was das Problem war? Ich glaube... Ich glaube, dass wir in der ersten Ebene nicht den Job gefunden haben und deswegen uns nicht aufgerüstet haben. Das könnte auch sein, aber ich glaube auch, dass wir scheiße waren! Ja, du! Ne, das glaube ich nicht! Okay, wollen wir mal... Achso, man kann das Kreuz drücken, ne? Kann man... 21 Minuten! Okay, 40... Okay! Komm, jetzt rasieren wir! Aber das Gold bleibt jetzt! Aber es starten wir jetzt in der zweiten Ebene! Ne, ich glaube, wir fangen jetzt zu vorne an! Was? Echt? Wo kann ich denn aussuchen, was für eine Ability ich hab? Das fängt von deinen Items ab! Er hatte mehr schon als alle... Also, ihr habt ja welche Item kommen, wo du hast, hast du andere Abilities, glaube ich! Aha! Also zumindest Stealth am Anfang, glaube ich dann! Kevin hat halt alle Pilze für sich bei Anspruch, ich weiß ja, ob das so gut war! Keine Ahnung! Ihr habt mich einfach komplett aussuchen lassen! Also, die Level bleiben, aber das Loot geht weg! Ja, wir müssen auf jeden Fall irgendwas mit dem Loot machen! Ja, wir müssen 100% hier einen Shop finden! Ach, wir müssen einfach zurückgehen zu dem Shop! Der ist doch hier ganz am Anfang! Da gab's nur die Startwaffen, da gab's nur die Schwert und die... Ne, ich konnte bessere Ambos kaufen! Echt? Ich nicht! Wo ist denn der Shop? Machen wir jetzt noch eine Runde, oder was? Noch eine Runde, oder? Ja, wollen wir einmal tryharden und nicht so auf Loot gehen? Ja, dann rein jetzt! Das ist ja peinlich, das ist ja peinlich! Ja, hier ist auf jeden Fall, glaube ich, der Shop von dem Level! So, das heißt, wenn wir das durch haben, müssten wir eigentlich hierhin zurück! Ja, auch so wahrscheinlich, wenn man Loot bekommen hat, dann kann ja derjenige zurück schon! Ja, aber wie gesagt, da gibt's halt... Oh, hier ist ein Magier! Lass mal Fokus hier, der Magier! Direkt! Okay! Will kein Melee sein! Ich glaube, wir müssen uns auch aufteilen mit den Götterfähigkeiten, wollen wir die machen? Wie gesagt, ich bin der Tank! Genau, wir müssen die uns jetzt mal koordinieren! Genau, wer hat denn jetzt was für Fähigkeiten? Also ich anderes, Kevin! Ich soll... Ne, ich hab immer noch den... Okay, also ich hab jetzt... Ich bin jetzt... Ich hab jetzt Range und ich hab jetzt Heilung! Ich hab jetzt nicht mehr diese Wurzeln! Ich hab immer noch den Tank-Geist! Ich hab jetzt Helicopa! Ich bin Schamane! Ah, das hatte ich vorher! Deswegen war ich auch der Healer! Ne, aber das ist nur für dich! Achso, wenn ich auf die draufjumpe! Ja, genau! Dann heilst du ihn, oder wie? Dann heilst du ihn, oder wie? Dann musst du mal links umgucken! Okay! Ich hab jetzt auch Heilung quasi! Also wer ist jetzt Tank von uns? Ich bin euch jetzt Tank! Kutcher, Kutcher's Tank! Aber ich kann halt den Tank... Ich glaub ich geh am Anfang auf Kutcher drauf, um diesen Spot-Geist zu beschwören direkt! So müssen wir jedes Level starten! Und dann müssen wir AOE-Damage irgendwie reinklatschen! So! Und Damage! Hier auf die Magier! Mit drauf! Kutcher kann da richtig AOE-Damage machen! Zack! Und beide weg! So, jetzt können wir mal ein bisschen nebenbei looten! Jaja! Aber ich hab zwei Geister dadurch beschworen! Und wenn die Sterben explodieren die! Wo sieht man denn welche... Achso! Weil das Magier waren! Welche... Wann mal wieder sein Rechtstick gehört, die hat... Ist da irgendwo eine Pool-Done? Das ist einfach... Das ist unten rechts! Das ist ganz rechts Symbol! Okay! Haben wir's, oder? Go down! Ja, hier wer ist... Kutcher hol dir den Pilz! Oh, Sola! Jetzt hast du ihn genommen! Da hinten sind noch Pilze! Ja, hier ist es auch noch bei mir! Hier! Okay, ja! Nur Kutcher braucht welche! Hier! Kutcher! Hier! Hallo! Alter! Ist Kutcher besoffen, oder was? Wo denn? Nein! Uiuiuiui! Wo denn? Dahinten, Alter! In der Ecke! Und hier auch noch! Ich kann sie auf Kevin raus, dann zeigt das dir! Ja, 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 ja! Ich... Und oben rechts neben dem Loot, seht ihr, ob ihr Pilze schmeißen könnt! Ja, 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 ja! Alter, ja, ja, ja! Wollt ihr doch mal Attacke machen hier? Ja, okay, go, go! Da lang? Über mir! Ja, Sola, du hast jetzt full life einen Pilz eingesammelt, das heißt, du kannst den Gegner stunnen, wenn du mittlere Maustaste drückst! Nee, nee, das kann man nur mit dem Bösen! Nee, nee, ich kann auch stunn mit dem! Okay, lass dir erstmal hierherkommen, dann beschwere ich wieder meinen Geist! Bei mir passiert nichts, wenn ich richtig mache! Wollen wir auf der Brücke irgendwie deffen? Nee, wir müssen erstmal hier zusammen sammeln! Du darfst nicht nah ran, Mann! Ich bin Range! So, jetzt beschwöre ich! Und Damage! Erstmal Magier! Hä? Ich... Ich hab auch wieder Ulti! Kannst du runter von Kaschen? Alter, Sie und W! Ja! Wir sind zu spät! WTF! Ja, die Mages machen richtig viel Schaden, Millie! Was machst du? Ich bin fast gestorben durch die Aktion! Ja, ich... Ich hab zwei E-Kil! 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 Ich hab auf jeden Fall einmal... Ich glaub, wenn man halt jemanden retzt und so, kriegt man es auch wieder. Also ich hab eben auf jeden Fall einmal die... Wenn man retzt? Echt? Okay, Sola muss Pilze fressen, ich muss Pilze fressen. Auch noch einen. Aber hier ist... Nee, ich hab auch meine Ulti, das ist okay. Wir können auch einfach weiter. Wobei, da oben ist noch ein Pilz, ich nehm einfach mal mit. Hier ist noch Loot. Wie viel habt ihr grad? Ich hab acht. 113. Alles klar, 113. Hey, hier gibt's jetzt zwei Wege, oder? Oder sind wir aus einem gekommen? Nee. Nee, es gibt echt zwei. Es gibt echt zwei. Wo sind noch Pilze? Ich bin halt Half-Life. Hier ist ein Pilz. Oh, das ist Giftpilz. Das ist ein Giftpilz, 100 pro. Ja, gehen wir da jetzt lang. Aber können wir auch wieder zurückgehen? Weil, dann können wir ja den Raum jetzt versuchen, zurückgehen und den anderen machen. Loll, da hinten... Okay, warte. Ich muss noch einen drauf. Als erstes die Viecher killen, dann die Dicke. Ja, ja, ja. Komm her, Max, ich halte dich. Okay, auf die Magier. Nice. Muss ich auch schießen, muss ich auch schießen. Oder diese Knochen? Nein, nein, die Knochen. Die machen Damage. Und Meli auch passend, die machen so eine Bubble, Mr. Ach, du Scheiße! Oh, hier sind richtig viele? Du hast halt... Wo ist Kutscher? Wo ist Kutscher? Ich komme, Kutscher, ich komme. Ich bin hier in diese Scheiß-Phase, Mann, ich bin tot. Ah, Mann, ey. Ich bin auf dem hier drauf. Help me. Oh, shit, ich bin fast tot. Ihr könnt doch Pilze währenddessen fressen, ne? Ja, ja, ja. Also, wenn er vorbeiläuft. Ah, der geht leider auf mich. Warte, ich komme gleich für dich, Kutscher. Oh, fuck. Mach ihn. Ja, nice. Ich habe ihn. Ja. Ich versuche, die hier hoch zu kiten. Ich belebe Kutscher, ich belebe Kutscher. Okay, ich kann von hier oben runterballern. Ah, wenn man einen wiederbelebt, dann kann man hier... Komm mal her, Kutscher, hast du mehr? Dann kann man Götter-Götter-Fähigkeiten wieder machen. Ja, 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 dann kriegst du es wieder. Oh, Lui, ich kann auch noch einen beschwören. Geh mir hier ran, geh mir hier ran. Ich habe hier einen Tank. Komm zu mir, Max, ich halte dich. Wenn ich das mache, bist du... Ich habe einen Tank, ich habe einen Tank. Du kriegst keinen Damage-Kutscher währenddessen. Ah, okay. Also, du kannst voll dranbleiben. Ah, und wenn man drauf ist, dann lädt sich auch das Ding voll wieder. Sehe ich gerade. Ich bin wieder tot. Wenn man was? Wenn man was ist? Wenn man auf einem drauf ist. Genau, wenn man mounted ist, kriegt man seine Fähigkeit auch wieder. Echt? Ja. Dann müssen wir damit echt mehr arbeiten. Aber ich dachte, die ganze Zeit, ich war vorhin... Ich war vorhin drauf und hat sich nicht gerecht, also... Ja. Okay, jetzt erstmal Pilze suchen, aber nicht die Giftpilze. Wollen wir jetzt erstmal... Ach, dahintest du noch nicht holen. Nice. Haben wir jetzt den Loot geteilt? Ja, ne? Komm schon. Äh, wollen wir jetzt erstmal zurückgehen und in den anderen Raum dahinten? Ja, oder? Da ist einer. Ich glaube nicht, dass man zurück kann, oder? Was sind das für Pilze? Hä, sammel doch einen! Ich wollte es teilen. Ich weiß nicht einsammeln. Was ist das? Oh shit. Ja, lass erstmal gucken, ob wir zurück können dahinten. Und dann in den anderen Raum, der ja vorhin möglich war. Da ist auch noch eine Tür? Es sieht halt alles so gleich aus. Die Türen müssten irgendwie ein bisschen unterschiedlich aussehen, damit man... Ich glaube, dass das eh einfach random ist, sowas generiert wird. Das ist eigentlich egal. Aber das war doch jetzt aber der gleiche Raum. Ne, das war genau. Das war... Gleiche Raum. Schade, dass man nicht zu dritt oder viert stapeln kann. Ah ne, man kommt nicht mehr zurück, oder? Doch, er muss hier rein. Ah, doch. So, jetzt in die andere Tür. Das ist ein neuer Raum. Das ist echt ein neuer Raum. Ja, ich sag ja. Das ist komplett egal. Da hat der Magier hinten. Wahrscheinlich ist nur die quasi... Oh, 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 oh. Hier, ich beschwör, ich beschwör. Oh, oh, oh. Hier, ich beschwör, ich beschwör. Oh fuck, ich hab zu spät. Sorry. Oh, wo bist du dich? Wo bist du, wo bist du? Oh, ich komm, ich komm. Die Magier, die Magier. Ich hab dich. Bin ich jetzt unbesiegbar? Ja. Aber nur solange du unsichtbar bist. Hier, Rad, geh ran. Hinter uns. Ich schwör so aus dem Maul. Hau ich alle weg. Welche Fähigkeit hast du denn, Kutscher? Okay, nice. Die Felsen kann ich raushauen aus dem Boden. Hier, zack. Nice, 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 nice. Wer macht die Felsen, Alter? Die sind halt ziemlich broken. Oh, fuck. Wir müssen... Ich hab gleich wieder meine Abilitating, warte? Ja. Ich auch. Okay, jetzt kannst du mir ran. Ich hab meine auch. Ich mach meine nochmal. Dann haben wir jetzt hier Tanks. Oh, genau, das ist die Gehalte. Sorry, Alter. Okay, nice. Haben wir down. Nice. Ich bin enrage. Alter, Kevin und ich fassen komplett aus. Ah, nee, nee, nee. Ich hab's gesehen. Ey, ihr müsst wirklich aufeinander, glaube ich, bleiben. Sobald jemand tot ist, regeneriert sich die Götterfähigkeit nicht mehr. Deswegen steht da auch immer, die Götter sind unzirnt. Ach so, es müssen alle leben, damit's bei allen regeneriert. Ah. Ich hab jetzt 35 Loot. Können wir irgendwie zurück wieder und einen kaufen? Ich hab drei. Ich weiß nicht, ob's auf der Ebene schon... Ja, wollen wir einfach nochmal versuchen? Ich glaube, es gibt ja keins zurück. Wir sind ja jetzt gerade auch nicht zurückgekommen. Nein, es gibt keinen zurück. Ist halt mega witzig. Vielleicht findet man dadurch auch random den Shop? Ich glaube, es gibt halt mehrere Shops einfach. Wollen wir hier bei mir lang? Ich denke aber, wir waren einfach noch nicht beim ersten Shop so. Es dauert halt eine Heile. Vielleicht das noch ein bisschen bei Isaac. Du musst den Raum erst finden. Ja, also ich meine, die Starterwaffen haben... Vielleicht sind wir hier wieder drin. Vielleicht sind wir hier wieder drin. Ja, aber kommen jetzt hier auch wieder Gegner? Oh, nee. Hä? Hier waren wir ja schon. Hä? Dann sind wir eben einfach in dem falschen Gang, dann hier lang. Jo, die Türen gehen auch einfach auf, obwohl nicht alle drin sind. Naja, die nicht mehr leuchten, da waren wir schon, glaube ich. Ja, okay. Jetzt gehen wir in den Shop zurück, glaube ich. Vielleicht, glaube ich, der Sinn des Games ist einfach zurückzulaufen zum Shop, so. Können wir uns das schwer vorstellen. Das war jetzt auf jeden Fall der erste Raum. End of After-LP, Alter. So, jetzt hier... Das war hier... Ja. Ja, okay. Jetzt rechts, 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 rechts. Ne, links, links, links. Bei Sola. Ja, aber warte mal. Hier kann man irgendwo shoppen, oder nicht? Ja, ja, hier lang, hier lang. Ah. Das ist ein extra Raum mit für den Shop. Ach, da ist auch noch eine Truhe. Ah! Erstmal nicht, weil ich hab... Vielleicht ist da einfach nur drei so drin. Ich hab nur drei. Ach ne, die öffnet man mit eh. Alter, krass. Okay. So, Shop. Neu, ja. Neue Waffen. Ja, geil, Alter. Wurzel durch. Okay, wir müssen uns jetzt aufteilen. Wir müssen quasi... Ich hab nur... Ich kann mir sowieso nichts leisten. Ich hab 6 Gold. Ich hab nur... Ich hab nur... Ich hab nur den Wurzel durch. Den kann ich kaufen. Aber dann bin ich halt nachher. Ich kann Candle Staff machen. Kann ich einfach OK drücken? Oh, ich glaub, das war ich. Ich will mage sein, ey. 33 Gold. Oh, shit. Ich hab auch nur den... Candle Staff hast du auch? Ja, nur den. Ja, dann nehm ich jetzt den Wurzel durch. Der macht ultra viel Damage, Junge. Wer hat ein Schwert? Wer kann mir sagen, was normal ist? Undamage? Äh... Wo? Das steht doch in Klammern plus... Plus in einem grünen irgendwas, was besser ist. Plus 3, okay. Ich würde plus 24 kriegen. Der Vorteil von Holzdeuchen... Okay, so ne Truhe. Geil, jetzt kann ich mir auch was leisten. Gönnt ihr. Geil, ich kauf mir das mal bei. Hey, der hat irgendwie... Meiner hat irgendwie ne passive Fähigkeit. Generiert 16 Deuche, die konzentrisch von dir wegfliegen. Wenn ihr... Das ist der Rechtsflick, das ist der Rechtsflick. Achso. Oh lol. Achso. Ich glaube aber deswegen sollte man sich schon den Loop ein bisschen aufteilen, weil sonst kann sich halt irgendjemand nichts kaufen und der ist dann halt komplett am Arsch. Und wenn ihr zurückgeht, dann könnt ihr auch aussuchen, was ihr euch kaufen könnt. Ah ja, ich hab zwei Deutsch. Ich bin über die Assassini jetzt, Junge Spandauer Schlitzer. Das ist bei mir Out of Stock. Das hast du gekauft. Wer hat sich Amor gekauft? Ne, ne, ne. Ihr wurzelt euch. Das konnte ich mir auch nicht kaufen. Das ist immer... Man kriegt nur... Also wir haben jetzt nur eine Sache freigeschaltet, jeweils. Okay. Kutscha, guck mal. Okay, meine Ability ist jetzt auch die Dinger hier. Lol. Ich bin jetzt kein Tank mehr, ich bin jetzt ein Rage-Spieler. Das ist aber gar kein Shit. Das ist aber wichtig wegen dem Minion. Ja, ich hab jetzt das hier. Ja, aber zwei Schamanen, weiß ich nicht, ob das gut ist. Sollen wir weitermachen. Ja, okay. Das ist halt Mage, ne. Ich mach das auf Schaden. Wir haben halt jetzt keinen Tank, ey. Naja, aber die Waffen sind halt zu gut, glaub ich, um sich nicht zu belasten. Ja, ja, das stimmt. Wir müssen jetzt einfach nur mal kurz mit dem Squishy überleben und dann kriegen wir bestimmt irgendwelche Tank. Ja. Jetzt, wahrscheinlich jetzt, wenn wir so Rage sind, müssen wir darauf auch arbeiten, so hochzuklettern und sowas. Ja. Niemand anderes, niemand anderes, äh, konnte diesen Wurzel durch von mir kaufen, oder? Die sind echt nur für einen selber spezifisch. Ich konnte den auch kaufen. Also ich, ich, bei mir waren sie out of stock. Ich konnte nur den Stab kaufen. Okay, dann hat Kutscha vielleicht auch den gleichen. Stab und Ambrust. Ja, aber Ambrust, weil du vorher Schwert hattest, oder? Ja. Achso. Ich konnte das Schwert und den Stab. Ich wollte auch ne gute Ambrust kaufen für 10 Gold. Ja, dann lass mal Kutscha jetzt ein bisschen loot demnächst. Nächster Raum geht der komplette Loot an Kutscha. Ne, jetzt will ich nicht mehr. Ne, ich hab auch nur noch zwei. Ja, aber er hat noch kein Item kaufen können. Achso, ich hab jetzt was gekauft. Ich hab jetzt eine Ambrust. Ja, aber das ist die Standard-Aarmbrust. Ja, aber die hat, okay, die hat 10 gekostet. Ne, trotzdem, er muss aufholen. Ja, ja, Kutscha muss aufholen. Wieso, Kevin? Geh schön ran. Alter, macht der übel Damage. Holy Shit. Holy Shit, Alter. Oh, lol. Warte, geh ran, ich bin Schlitzer. Fuck. Nice. Aber wir sollten trotzdem noch übereinander, wenn wir Fähigkeiten haben, ne? Nice, weggeschlitzt. Das ist Kutscha. Ach, du sammelst hier Gold ein. Alter, wie viel Damage ich mach. Jawohl, das ist auf jeden Fall deutlich einfacher jetzt. Jo, mein Rechtsklick rasiert einfach alle Kinder im Nebel-Level-Up. Alter, mein Links. Holy Shit. Wie viel Damage machst du so da? Ich mach so 60. Dem Shop, wo neue Gegenstände zugefügt steht jetzt bei mir. Zurück. Ja, dann ist es wahrscheinlich... Wie viel Gold hast du denn? 29. Das reicht. Das reicht niemals. Das Ding hat doch... Wie viel hat denn deins gekostet? Meins hat 40 gekostet oder 30 oder so. Echt? Lass weiter hier. Meins hat fucking 33 gekostet, ja. Ja, 33 genau. War am Anfang vom zweiten Level eben... War da auch ein Shop? Meine Ahnung. Ich glaub nicht. Ich weiß nicht. Wir sind ja relativ früh gestorben, oder? Alter, sind hier unten los. Boah, Alter. Ich kassier halt übel. Ja, wir halten halt nix aus, machen dafür übelste Damage. Ja. Alter, ich mach 160 Schaden. Ich glaube, wir sollten auch schon übereinander stehen, wenn wir in den Raum reingehen, weil sonst... Ficken wir uns halt selber, während wir nicht angreifbar sind, so. Oh, Alter, ich bin tot. Irgendwas tot? Oh, ja, weil ich hab meine Fähigkeit nicht mehr. Komm. Ja, Kevin hat mich. Kevin hat mich. Ich weiß ja nicht, wie man dodged, wie man äh... Oh, ich mach 120 Schaden. Oh fuck. Oh shit, 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 shit. Ich mach sogar mehr Schaden. Wir müssen immer übereinander stehen. Ja. Ich mach einfach mehr Schaden straight up, wenn ich auch... Oh ja, ist ja logisch, weil ich halt nichts machen kann in der Zeit. Ach, du kannst gar nichts machen? Ne. Ach so. Aber ich mach halt dreimal so Schaden wie vorher. 200, Alter. Holy shit, Kevin three-shottet die. Jo. Das ist unser... Da waren wir, oder? Da waren wir, oder? Weihaltiges gegeneinander jetzt. Der Pilz, hat er Pilze gesehen? Oh, da sind gar keine Pilze. Doch, hier sind Pilze. So, wo lang müssen wir? Ich brauch auch Pilze. Oh, scheiße. Oh, lol. Alter, wie viel Pilze hier sind. Oh mein Gott, zwei größere Pilze. Alter, ich brauch auch welche. Steigen nicht auf mich drauf. Fuck, ich bin fast down. Die Pilze hab ich gefickt. Ah. So weiter, oder was? Das war kein guter Stoff. Jo. Also, ich muss auf jeden Fall auf einen draufwerden. Sonst bin ich nicht tanky genug, um... Oder wir kiten halt... Wir machen nur Kite-Teams. Also, entschuldige, am Ende. Ach so, ja, dann lass zurück, oder? Weil ich noch zum Shop kann. Aber oben müsst ihr auch noch mal gucken. Vielleicht gibt's ja den nächsten Shop. Okay, alles klar. Hier sind noch Pilze. Ja, hier sind richtig viele Pilze. Könnt euch. Wenn die mich jetzt töten. Oh, ich dachte schon... Nee, die drinnen sind eigentlich immer gut. Ja. Nee, das sind optisch. Musst du dir die merken. Oh, no. Bin nicht voll. Sieht das jemand? Ja, du bist full. Das ist der mittlere Kreis. Bei dir. Ja. Aber man sieht halt nicht, ob das komplett full ist gerade, oder? Nur so ein bisschen. Aber wenn's komplett full ist, geht's wirklich bis Ende fest. Was? Kutscher hat die jetzt bekommen. Diese schnieke Karte geht an Kutschcrafter LP, der eindeutig der allerbeste mit Sternchen ist. In der Horde. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Wie sie alle hinhocken. Mhm. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob da ein Shop ist. Es gibt genau vier mächtige Goblin-Götter. Shaman, Bruiser, Bastard und Jerk. Ich bin ein Schamane gerade. Sie sind die stärker. 10% Cooldown? Ohne zu sterben. Alter. Ohne zu sterben. Was haben wir alle nicht sterben? Oha, dann lass es anstrengen. Richtig. 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 Vor allem, meine Frage ist, sind die dauerhaft dann die Karten? Ich glaub schon. Die Karten? Ja. Ich glaub, die Karten ja. Auch dein Level ja. Das einzige, was ich immer resetet, ist der Loot für dein jeweiliges. Und die Waffen. Die Waffen sind nicht dauerhaft. Die muss man neu kaufen. Das Level ist auf jeden Fall dauerhaft. Ich glaub auch, die Karten sind nicht dauerhaft, weil sonst könntest du ja einfach die ganze Zeit immer das erste Level machen und immer 2% Schaden losdecken. Ja, stimmt. Das Level zeigt einfach, wie viel du gespielt hast. Dann müsstest du das ja nur 45 Mal spielen. Ich denk einfach, das Level ist einfach nur, sagt halt so aus wie viel du schon gespielt hast. So hat aber keinen Vorteil und sonst wird alles resetet, denke ich. Softblood. Gibt keinen Shop, ne? Erstmal noch. Vergesst nicht, Pilze zu benutzen. Also zu werfen. Ich glaub, es macht mehr Sinn, wenn ich auf dir bin, weil ich hab der Range. Hab's schon eingekehlt? Ja, scheiße. Jetzt hätt ich grad mit meiner Fähigkeit alle wegmachen können. Kusch Gravel in LP, ey. Dodge, jump, ey. Alter, ich dodge. Nervt dich das? Holy shit, mein. Geht. Aber ist auch ein bisschen schwerer zu treffen. Easy Aim. Ja, ja, aber ich muss sonst kriegen wir Damage. Ja, ja, klar. Ja, das ist der Schaden, der ist halt insane mit diesen Stimmen. Hier, hier. Den, den, den Dings hier aufmachen. Nicht den ganzen Loot vergessen, ne? Wenn die nicht weitelaufen einfach. Da ist noch eins. Geil. Delikat. Ja, ich bin so rich. Über 60. Das ist noch eins. Ja, das ist noch eins. Ja, wir müssen unbedingt, äh, in den Shop finden, alter. Ja, oh. Was ist das denn hier? Das war, glaub ich, EP. Hä? Ich hab nur 27. Ah, da, nein, in der Tür war nix, ne? Dann geht's jetzt weiter. Oh, war das Gift gerade? Oder was war das früher? Ja, ja. Meine Rütze. Ich will einmal meine Fähigkeit bitte machen und dann reinschlitzen. Ja. Joa. Joa, ich bin halt dadurch unsterblich, ne? Ja. So, jetzt kann einer auf mich drauf. Wie gesagt, du heilst halt wenn jemand ist. Ja, komm, komm. Wenn du auf jemanden drauf bist, heilst du. Aua, Alter, ich fress aber auch sauvier Schaden gerade. Da muss sowas sein. Da muss sowas sein. Geh mal erstmal den Einzelnen. Oh, der hat ne Akane Explosion gemacht, Alter. Ähm. Oh, ich bin fast da. Oh, nein, nein, nicht in die Nähe laufen, ne? Nicht in die Nähe laufen, ne? Oh, mau. Ja, so, dann kriegst du schon mal nicht. Komm, Junge. Ich nehm dich. Oh, ich bin auch saulau. Scheiße. Ich muss runter, ich muss pflanzen. Pilze fressen. Wo gibts denn die Pilze? Ich glaub, Branch könnte auch hochspringen. Wobei, dann ist man halt so free für die Magier, ey. Und follow my lead, no, no. Oh, ja? Hast Level 2. Oh, no. Was? Wie das denn? Wie das denn? Komm hoch, Junge. Ja, ja. Ich bin weggetreten. Ach, da oben ist ne Truhe, Alter. Oh, lol. Oh, lol. Ich glaub, man muss aufeinander, oder? Dann in der Luft abspringen. Ja, kann man doch gar nicht jumpen, oder? Doch. Achso. Ja. Achso. Jese. Komm, Sola. Gönne, ist dir mein Junge. Joooo. Oh, ist so viel runtergefallen. Ah, wie die Geierhalle. Man muss springen und dann quasi im Sprung abspringen. Muss der obere abspringen, ja. Oh, was ist denn das hier? Keine Ahnung. Oh, das ist ein Pilz. Oh, jö. Okay, go, go. Okay. End of Sola. Oh, hier sind richtig viele Pilze zum Heelen. Okay, ich bin in Winzebel, du kannst einfach snipen. Oh, das ist ein Boss, oder was? Was, echt? Oh, lol. Ne, ist einfach nur ein neuer Gegner, oder? Ne, das ist ja, der ist bis jetzt alleine, oder nicht? Ne, hier war nur ein Magier. Hier, beim Eingang, beim Eingang. Ach, es sind mehrere. Scheiße, was sind die Attacken? Komm mal her zu mir, komm mal her zu mir. Das darfst du uns nicht treffen lassen, die one-shot'n uns fast. Ja, ne, two-shot'n. Man muss auf jeden Fall dodgen. Dodgen können wir. Hier, hier, in der Mitte. Fokus, den. Not too much. Doch, man kann auch diese Wände als Block benutzen. Ja, ich weiß nicht. Ah, der Zweite, der Zweite. Woll ich mich nicht drauf verlassen. Warte, der Rechtsklick von dem Stab ist richtig schwer, oder, Sola? Ja. Also, ich finde das richtig schön. Hinter mir. Was, da ist noch einer? Alter. Ja. Da, da, da ist slow, da ist slow. Oh mein Gott. Hier ist er. Wie viel gibt's denn davon? Sie spawnen immer mehr. Müssen wir irgendwas machen? Das ist wieder Magier. Mach erstmal den weg. Ne, ne, das ist immer noch der gleiche. Ich bin level up. Mach erstmal den Magier weg. Der ist ja quasi nicht tot. Ne, es waren schon zwei gleichzeitig da. Weil der eine ist grad irgendwie bei 80% wieder runter gegangen. Oh fuck. Ja, guck mal doch, guck mal. Das ist, glaub ich, der Boss. Und der geht halt immer runter und wieder hoch, oder? Ne, der war wieder da. Ne, aber es waren zeitgleich schon zwei. Und das ist auch Kill. Aber ich glaub, manchmal, manchmal kriegt die... Alter, ich hab so'n Ding beschworen. Guck mal. Lol. Stimmt, kannst du ja. Aber jetzt sind live schon alle tot. Ach, schade. Willst du nicht vergessen, ne? Jo, ich bräuchte einen. Hier ist einer, hier ist einer. Ne, das ist Gift, oder? Ne, 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 ist gut. Ich hab 72 Loot, ey. Ich hab 66, ey. Ich möchte halt ausgeben. Ich auch. Erstmal Amor, Helm. Ja. I'm in love with your body. Ich mach uns unbesiegbar und dann gehst du schön ran und ich schlitze ein paar auf. Ja. Sind wir jetzt schon unbesiegbar? Ja. Wenn wir so durchsichtig sind. Oh, ich bin übelo. Oh, ich glaub, das ist nicht gut. Aber ich hab einen auf mich drauf. Guck mal, ich hab so'n Vieh beschworen. Oh, hier ist noch eins. Hier sind Pilze, wie gesagt, überall noch. Oh, hallo. Kann ich irgendwo rauf? Okay. Ja, geh auf mich drauf. Geh auf mich drauf. Ich bin auch noch frei. Erstmal die Magier. Ich würd erst die Adzimmer machen. Wo sind die? Ah, da. Oh ja, wir haben Rage. Ah, meine Q ist aber glaub ich nur in Midi, oder? Ja, ja. Alter. Wann kommt denn der Rage? 200er jetzt. Oh, hier ist... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Okay. Oh, ich bin tot, Leute. Ist nicht gut. Kevin, kannst du das machen? Ich komm, ich komm, ich komm. Fuck. Holy shit, hat er mir grad Damage gegeben. Ist ein paar Pilze hier hinter dir, Kutscher. Ich suche auch Pilze. Ich hab einen gekillt. Einer ist down. Da ist ein Pilz. Oh, kill ihn. No. Da ist immer noch so ein Wächter, der Kutscher verfolgt. Ja, ist gleich tot, ist gleich tot. Ja, ist tot. Oh. Was ist denn hier noch einer? Hier bei uns. Jo, kill. Oh, kill. Ja, dann... Oh, 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 oh. Rens noch EP. Weiß noch ein Tor? Und wie ist die Musik grad aus, oder? Ja, ja. Ich vermisse die leise. Also hier, wir haben jetzt zwei Wege, wo wir lang... Ah, nee, ein Weg, oder? Oh, hier sind noch... Hier sind noch Dinger. Ah. Oh, guck, gehen wir lang? Hier links. Hendola. Hendola. Folgt Hendola. Hendola. Oh, das ist eine sehr kleine MPF. Das ist gut für unsere Crew, oder? Oh, oh. Pass auf, pass auf, pass auf. Wollen wir mal meine Ulti benutzen? Oh ja, der war gut. Der Rechtsklick ist auch... Kannst du Rechtsklick machen, wenn du auf jemand drauf bist? Nee, oder? Äh, nee. Okay, also Sola und ich chillen hier oben. Oh, fuck. Vielleicht auch nicht. Oh, ich bin... Wir sind beide tot. Oh, rappelt. Wer hat denn euch gekillt? Ja, die Viecher, wenn man getroffen wird, 2-shot, nein. Ja. Alter, mein Penis schleift so auf den Boden. Ja, gut. Das kenne ich, das Problem. Ich glaube, du musst die erstmal kaputt machen auf jeden Fall. Oh, Kevin. Kucha ist auch tot, als er retzen wollte. Ja, ich lebe noch. Oh, easy. Mach jetzt nicht, eure Pizze zu schmeißen, ne? Ich krieg hier in den Raum. Wie das auszieht, Alter. Krieg hier in den Raum. Ich krieg hier... Ich krieg hier um die Ecke, dann kann mich einer retten. Ja, aber ich komm hier auch, Max. Ja, gut schon, komm rein. Was? Was? Das größte Problem, an dem es keine Pizze gibt zum Healen, ey. Ja, komm hier rein und retz uns. Ich mach ja gar keinen Schaden, wenn ich auf den Lungs-Camp draufstehe. RETZ UNS! Was? Wenn ihr tot seid, so bei Game Over. Oh, ich will auch retten. Fuck. Rola, du bist die letzte Hoffnung. Rola! Alter, ihr hättet uns die ganze Zeit retten können. Ich seh euch nicht mehr. Wo seid ihr denn? Alter, ihr könnt uns hier nicht mehr abschießen. Jo, die ballern gegen die... Gegen die... Ihr lebt, ne? Wer hat die Kiste da aufgemacht? Ja, gut. Prioritäten setzen. Ich hol mir Kevin jetzt. Oh, renn! Got you. Oh, was? Der hat uns getroffen? Wir müssen hier raus. Das ist ein bisschen heikel. Äh... Okay, Leute. Ich bin wieder im... im Revive-Raum. Ich bin auch wieder tot. Ah... Oh, der hat... Oh, der hat mich, ey. Der killt mich, ey. Ah! Oh Gott, das wird nichts. Das war's. Das war's, Leute. Ey, ey, ey! Oh nein! Ich hatte 120 Loot-Alarm! Alter! Ohne witziges Shop-Problem! Das Game ist zu schwer. Da müssen wir echt wieder jedes Mal zurücklaufen. Das ist wirklich ein bisschen mau, oder? Am Ende vom ersten Level ganz zurück. Ich glaub, wir machen einfach irgendwas falsch. Alter, Kutscher, ey. Jürgen, ich bin Support. Mann, scheiß, ey. Alter, ihr Torsten Schmiedl schon wieder. Kutscher, ach du, ey! Alter! Ja! Was ist denn bei euch denn? Du bist das schwache Glied hier. Ja, dann bin ich raus. Dann bin ich raus. Dann bin ich raus. Dann bin ich raus. Ja, 20k, nice. Kutscher wieder 6k. Ja, wenn ihr die ganze Zeit auf mir drauf sitzt, kann ich keinen Schaden machen. Was dran? Spank me, please, Alter. Ja. Ihr seid so gemein, ey. Kutscher am meisten Schaden bekommen. Ja, Mann, ey. Kutscher, 2, wie? Oh, ne, ich nur 1. Kutscher bei Death, ey, wie hast du das geschafft wieder? Was denn? Du bist wieder einmal so durch die... Weil Kevin Götz, ich hab immer die Pilze richtig hart, Alter. Ja, im Fight halt, ne? Ja, deswegen haben wir immer keine. Ja, ne, ich mach's ja nur, wenn ich low bin. Naja, aber du hast halt irgendwie 10% mehr Schaden wie wir, aber 8 mal so viele Pilze... Nö. Einer noch. Ich glaub, das ist halt das Wichtige, dass man irgendwie schon so ein bisschen versucht abzustimmen. Aber wir sind auch immer weitergekommen als den Ersten und das ist schon mal... 5-4? Ja, oder? Die Viecher hatten wir vorher nicht. Gut, stimmt. Ja. Wie kann man denn Loot verschenken, ist die Frage. Tja. Ach, ich glaub, das kann man mit dem Emote. So. Ich würd' sagen, das war's. Erstmal. Ich spiel's mir einfach zu schwer. Wir sind raus, ey. Wir spielen wieder. Leute, ist einfacher. Ähm. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.